durch das geschenk konzentrierte du auch ich vergaß ich habe ja ein scheiß dino ja kann man es vielleicht aufteilen ungefähr ja ja erklären das mal meine erklärungen sind anscheinend nicht gut genug da wo das tor ist und das und das und das für das ziel mit sowohl die los aber das gebiet wird euch nicht so gefallen gerade ausdauert und nicht mal da hoch wie der mikro ist irgendwie ein bisschen dumpf geworden sage ich mal oder hast du es geändert wer ist im mikro 1 oder du warst nicht nah genug dran ja also ich sitze hier noch vorne wenn man es weiter auf den dann seht ihr mich vielleicht besser oder sieht mich jetzt vielleicht schon fliegen ach geht doch runter setz dich doch hin schissene Vogel ist mal ehrlich wo denn jetzt was einfach ein zweiter geflogen da unten ist ein grüner weißen das oben auf dem felsen ja raus tobi hat mich zum noterland geflogen wurden geflogen oder auf dem felsen auf dem felsen sind wir setz mich mal genau auf den felsen auf dem felsen da ein stein weiter war ich da bist du doch oder pebbles ne die frage wo du gestartet bist das ist auch vom gleichen felsen wir sind ganz oben ja glaube zu meinen dass das geschenk eben dies wir sind um genau zu sein ja achtung vorgericht 40 sind kriegt 60 nicht jetzt nicht das geschenk ist weg ist jetzt nicht mehr und die so schnell sag mal so ja ich bin jetzt hier jetzt auf dem felsen ja 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 Ja, wir brauchen alles noch. E-Rex. Die Grafik ist ein bisschen komisch geworden, oder meine ich? Grafik, so, wenn ich nach rechts und links gucke, ich sitze auf dem Vogel und fliege und gucke rechts und links runter, also hier wäre jetzt so ein Baum zu sehen quasi. Das ist wirklich Pixel. Weiter oben halt sonst auch, ne? Boah, hier sind so viele der Finne, wo man zu zweit drauf sitzen kann. Echt krass. Wir wissen genau, dass die Bowler nicht geht, ich sag's euch. Wir wissen, dass die Bowler nicht geht, ich sag's euch. 24. Wir so ein Einer oder Zweier haben würden, weisch? Level 2. Zweifel aber, dass ich das hin... Jetzt, wo die Drohne hier ist. Mohe. Mohe. ings. Okay. die sonde hat mich gerade gescannt und dann was erscheinen lassen ich stelle mich erst gar nicht um ich will es gar nicht sehen wo ich eben noch saß wo ich dachte ich wäre sicher haben wir jetzt ein ein vogel ein t-rex und ein tritzi alles sind drauf sage ich setzt sich aber drauf und zu gucken setzt sich aber drauf und zu gucken ich meine nicht dass sie aber nur in diesem tag guckst du kannst du noch Ja. Alles sehr hochlevelig hier, sag ich mal. Hallo, fliegt mir hier voll in die Schnauze rein. Was soll das denn? Achso, als Stöckchen meinste? Ja. Ja, nice aus. Ich bereue es einfach, dass ich mir nicht auch schon Muni gemacht habe. Naja, klar. Ich habe ja erstmal primär geguckt, dass wir alle das Feuer haben. Auch ganz Sinniges, aber Level 8, weil ich glaube einfach, dass du mit so einem Pfeil, den du abschießt, nicht so viel Narkose versprühst, wie halt mit so einem Projekt hier. Und das heißt also, ja, das heißt, geht ins Blut direkt. Das ist halt so ein bisserl, ja. Darf ich mal auf ihn landen? Darf ich? Wir haben einen Brontosaurus hier in unserer Base. Das ist eine Schnauze. Das ist eine Schnauze. Ich habe da so einen Stampfi gefunden gehabt, aber ich konnte ihn nicht mitnehmen. Ich habe gedacht, ich könnte ihn mit den Füßen krallen. Mhm. Ja, genau. Ich konnte ihn auch nicht krallen, also... Ja, vielleicht nur die Adler. Ah. Das ist meine. Ich will nicht immer zurückrennen, nur weil ich was fertig gemacht habe. Ich lade das doch immer in den Dino ein. Oh. Haben wir schon so einen Steinklopper? Ja, ne? Da warst du ja eben weg mit. Oh. Ach, Moment. Ich habe hier eben eingesch... Bisschen unfair, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ich war eben... Aber so ist das. Ja, ne? Aber ganz ehrlich. Der hat sich halt da voll festgepackt, was soll ich denn da jetzt noch groß machen, ne? Noch groß helfen? Oh. Nein. Ja. Hätte ich gezähmt und rausgetragen und wieder freigelassen. Also freigelassen, hätte ich sie mitgetragen. Nein. Frag mich auch, wie es dem Baby geht zu Hause, ehrlich gesagt. Ich habe gepfiffen. Hm. Huh? Hm. 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 kann gerade nicht ich glaube die sonde ist jetzt nicht so amused darüber wenn sie rot blinkt dann und dann sex warum da war kein baum? baum, Junge? es gibt keine bäume in amerika ja, und du auch, Shitty? ja Ja. Wie krieg ich es denn jetzt hier raus, außer Notschlachtung? Oh, ja, aber das ist ziemlich... Nee, der geht doch bestimmt auch bald wieder. Scheiße, der Turm. Wo? Nee, bei mir. Achso. Wo bist du denn, Tobi? Und jetzt erklär's mal unter Stress. Ja, bist du schon tot? Ich muss nur warten, bis ich wieder aufstehe. Wieso denn? Wenn wir wieder getolkt haben. Wieso denn? Äh... Okay. Ja. 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 Oh, Junge, du bist mir in die Spitzhacke gerannt, ey. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja. Ja. Hat der Ding weggemacht. Hat bestimmt der Kanu gemacht. und wo war das schon? Ja. Wo war das noch schon? Dann ist man ja nicht mit. Ich schaue's. Schau's. Ne, ich brauche es. Ich versuch's nicht. Ein Dodo. Was ist ein Dodo? Was ist ein Dodo? Ja. Ich hab mal eingeschlafen beim Zählen. Da ist ein Fundament aus Holz. Ich mach mal 28 Stück. Oh, dieser Dino nervt tierisch, ne? Der ist auch nicht weg. Noch ein Block? Ja. Das muss man auslucken. Ja. Untertitelung. BR 2018 Oh, Dino, ich steh hier doch. Ja, aber wenn wir die Wand ziehen und das Vieh ist noch drin, wird's ein bisschen blöd, glaube ich. Besser. Wer? Alle, die ich gefunden habe, habe ich mit einer Kiste getan. Oh, ich habe ein Problem. Dino hat mich so weit weggeschoben. Jetzt geht's wieder. Der hat mich so weit weggeschoben, dass ich nicht mehr die Sachen nehmen konnte. Ja, das ist jetzt die Frage. Ziehen wir ihn raus? Guck mal, jetzt geht er ins Haus. Guck dir das mal an, ey. Guck mal, vielleicht läuft er da hinten wieder raus. Oh, wieder aus Besuch zu Hause. Einfach nur vergiften. Guck mal. und da kommt schon der nächste der rein will voll die plage hier der ist nur level 5 mein baum ist weg oder hinten gehen allen hoch wer der ist level 5 soll ich dir helfen du musst wegrennen vom schwanz tobi sonst wirst du weggeschleudert oder jetzt rennt er weg jetzt kannst du ihn umhauen nur noch rankommen hallo da ist im lager drin im kopf guckt es mal an schlaf ruhig so geh raus junge das gleiche passiert mit dir das filet brauchen sieben mit der sieben rené du hast hier aber keine zaunfundamente mehr drangemacht ne alter ich bin erschrocken black fury um die ecke geritten rot grün schwäche das wäre blöd hier soll ich hier noch mit rand snappen lassen oder willst du ja bevor hier irgendjemand sich durchmogelt zwei hoch tobi mehr gewohnt von dir und zwar gemacht habt ihr das immer auf der 1 oder oder wo wenn ihr was baut weil er switcht da auch immer um jetzt kein ich glaube die vom bett ja da habe ich einen reingelegt soll hier das alles zu sein ja ob ihre nähe alles zu oder wie oder wo war der okay ja 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 kann man wirklich daraus trinken das ist sehr angenehm ja 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 ne ja Ja. Ja, das ist gut. Äh. Snapple bitte an. Snapple die Snap, snap, hallo? Ja, auch? Weil hier kann man ja nicht hoch. Oder was meint ihr? Hallo? Äh, beim... Bei unserer Base, guck mal, dann siehst du mich jetzt stehen. Oh, na. Auch? Unten geht oben. Unten. Weiß du doch nochmal ab. Du und deine Ducke-Tür, ne? Ja. Du und deine Ducke-Tür. Ah? Okay. Ah! Einmal rundrum. Der einen Seite. Dann... Dann werde ich mal kurz rüber in unser altes Lager gehen. Wenn ich mich ausziehen könnte irgendwo. Ähm. Was ist hier los? Ach, der geht wieder. Der Herr hat die Tische und Stühle kaputt gemacht. Aber er scheint wohl jetzt zu gehen. Skandale, aber... Ciao. Holzkohle. Talle. Er ist hier auch nicht drin. Nein. Ja, ich guck gerade. Das kommt da rein, das kommt da rein, das ist... Äh, der Gast ist wieder da. Er schiebt sie grad quer durch die ganze Map irgendwie. So hört sich zumindest an. Waaay. Dann würde ich nämlich... Hier meine Sachen jetzt reinlegen. Meine Schnellreise, ja. Meine ganze Rüstung weglegen, ne? Cool. Ja, ja, das war der Plan. Nee, 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 nee. Okay, jetzt bin ich komplett nackend. Ich guck mal, was die Welt da drüben macht, ne? Was? Ich komme da ja auch noch nicht mal hin. Nee, weil... Ist ja nicht, ne? Ich komme ja nicht hoch. Wie soll ich denn da hochkommen alleine? Der steht ja auf dem Dach. Ich habe hier gerade... Nee, ich habe hier... Steve, wie sah Steve bei euch noch aus? Steve, der... Der... Der Spike. Ich habe hier schon gedacht, die sind ja alle verreckt jetzt. Jetzt verhungert, Mensch. Ja, so sah es aber auch aus, ja? Ich kann euch aber sagen, was wir nicht mehr haben. Ja. Ja, wo ist er denn hin? Kann man die Liste einsehen, irgendwie, was wir haben? Ob sie noch leben vielmehr? Weil es kam ja auch keine Anzeige, dass das Vieh tot ist. Wahrscheinlich wandert es Mutterseelen allein irgendwo rum. Ne, eben nicht. Da ist es ja nicht. Tegrapto liegt hier tot rum. Tegrapto? Cool. Der ist ja tot. Jo. Guck mal, Kleiner. Du, ich bin mit. Haben wir noch eine Wasserflasche irgendwo? Ja, würde schon reichen. Wasserschlauch wäre da, ja. Hyannodon dürfen hier rum. So, die... ...irgends zum Schwein. Die jagen ein Schwein. Die Hyannodon. Hyannodon. Ich auch. Nun. Eben das seine, ne? Ganze Muni jetzt hier auch weg. Das ist ja... Traum ist das, ne? Äh, wo stelle ich nochmal Muni her? Bergbank. Musst du Schwarzpulver und dann Bergbank. Schießpulver, ne? Schießpulver. Was ist denn daran cool, ey? Ich hab noch nicht mal ne Waffe. Hast du deine Waffe dabei? Nee. Ja? Soll ich sie mitnehmen, wenn ich sie finde? Brauch ich mir ne neue. Da wirst du nicht dabei. Da wirst du nicht dabei. Da wirst du nicht klein reinschauen. So, bitte. So, bitte. So, bitte. So, bitte. So, bitte. Gut. Okay. Oh, 400. Gut. Ciao. Ciao. Ciao.